Ich war bei der Hermann Pfanner Getränke GmbH am Standort in Eims und ist ein Fruchtsaft-Hersteller. Wir sind stark im Bereich Eistee und dann aber auch am Standort Früchte verarbeiten. Hier werden Äpfel verarbeitet und Birnen. Ich habe bei der Firma Pfanner wirklich schon Freunde gefunden, unter anderem auch meine beste Freundin. Es wird gemeinsam etwas unternommen nach der Nachtschicht, zum Beispiel Frühstücken gehen miteinander. Pfanner ist ein Familienbetrieb, ist in der Umgebung in Eims ein guter Arbeitgeber und man geht mit Freude in den Arbeitern. Die Firma Pfanner steht für Qualität und auch in diesen schwierigen Zeiten, vor allem mit dieser Rohstoffknappheit, sind wir darauf bedacht, auch hier die Qualität hochzuhalten und ist ein Kern-Thema-Fonds. Auf Wiedersehen.